Hallihallo zur vorerstletzten Ausgabe von PanssenPainting mit einem Rezept von Ole Blockstedt und heute wieder dabei der Dirk. Genau. Servus miteinander. Ich habe heute ein schönes Spielzeug. Mein Sohn ist zweckentfremdet und ich finde, das ist eine ganz schöne Untermalung. Das werde ich versuchen hin und wieder einzubauen. Das ist eine Sound Machine. Ein Knopf hat er neulich zum Geburtstag gekriegt von ein paar Kumpels von mir. Und ich finde das Ding eigentlich cooler als er, glaube ich. Das kann, lass mich kurz rechnen, 16 verschiedene Geräusche, also darf man sich auf etwas gefasst machen. Genau, anarchistisches Kochbuch, Teil 4. Vorerst letzter Teil, wir hoffen auf eine Fortsetzung, dann mit Ole Blockstedt hier im Hangout. Punks and Painting, Mittwochsmaler. Wir haben es tatsächlich geschafft, vier Mittwochs, oder sagt man Mittwoche, hintereinander zu zeichnen und dabei herumzulabern. Würde ich mal sagen, dicken Respekt an uns. Da kann man noch direkt mal, jetzt habe ich es natürlich gleich verbockt, wollte ich einen geilen Applaus einspielen. Tja, ha, ha, ha. Das ist ein Lacher. Das ist eher ein Lacher. Genau. So sieht es aus. Genau. Ganz kurz eine Erklärung. Du als Comiczeichner zeichnest wieder ein Artikelbild für worldsofood.de für ein Rezept von Ole Blockstedt aus einem viergängigen Punker Menü. Wunderbar, hat das bisher geklappt. Die bisherigen Bilder sind alle ziemlich cool geworden. Sie sprechen sehr für deinen Stil und machen Werbung für deinen Comic Punks and Banders, finde ich. Ja, danke. Absolut. Gut. Und dementsprechend geht es natürlich auch heute weiter mit dem Nachtisch, logischerweise. Was zeichne ich heute? Genau. Da geht es auch schon los. Du bist schon fleißig dran. Ja, ich bin dran, Apfel zu machen. Und ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben Apfel gezeichnet. Zumindest nicht in den letzten, weiß ich nicht, zehn Jahren. Ja, ist so schön. An apple a day keeps the doctor away. Ja, ich vermeide ja momentan immer ein bisschen Apple. Dauert einen Moment, aber dann kann man so sagen. Genau. Ja, das Rezept ein Apfel. Was kann ein Apfel im Nachtisch? Ist nichts Ungewöhnliches. Aber das Rezept nennt der Ole dieses Mal Stechapfel mit Schnaps. Stechapfel ist eine Pflanze. Sollte man eigentlich die Finger von lassen. Können wir später nochmal was dazu sagen. Aber es ist natürlich nicht mit einem Produkt dieser Pflanze zu rechnen, was in dem Rezept, zu dem wir auch später nochmal kommen, verarbeitet wird. Sondern es geht um einen ganz normalen Apfel, in den etwas hineingestochen werden wird. Und das Ganze ist der vierte Gang. Der erste Gang war ein Tomolotow Cocktail. Lecker Tomatensuppe. Sehr lecker. Dann gab es als Zwischenknall. Der Ole hat die Gänge als Knall formuliert jeweils. Zwischenknall waren Kartoffeljoints. Das waren gefüllte Gnocchi. Dann gab es als Hauptknall Pumpgun mit Curryschuss. Das war eine Frühlingsrolle. Hauptsächlich mit Kürbis gefüllt. Und mit einer Currysoße. Und heute eben den Nachtisch. Stechapfel mit Schnaps. Hoi. Ich bin gespannt, was du dir ausgedacht hast. Tja. Momentan sieht es aus wie Apfel im Schlafrock. Verraten wir noch nicht zu viel. Ich weiß es ja ehrlich gesagt schon. Ja, das wollte ich gerade sagen. Aber ich wusste nicht, ob ich dir die Tour vermasseln soll oder nicht. Passt schon. Wir sind jetzt live drauf. Es kam eine Nachtrage, weil manche tatsächlich denken, wir sitzen nebeneinander. Tun wir aber nicht. Ich sitze in München hier auf so einem Sitzsack mit Totenköpfen drauf. Hänge vor dem Rechner mit Kopfhörern und du sitzt in Simbach. Genau. Simbach. Du hast es dir diesmal gemerkt. Simbach ist in der Nähe von... Die Weltstadt mit Herz. Genau. Simbach schon noch. Danach kommt auch noch... Ah! Ich darf nicht immer auf dem Thema rumreiten. Also ich bin aus Simbach. Genau. Und bei Marken leben eben das durch einen Papst in Rente bekannt wurde. Genau. Sehr gut. Stimmt ganz schön, oder? Ich bin einmal nur vorbeigefahren. Also ich hab's gern. Ich bin auch gern am Wochenende in dem berüchtigten Braunau. Aha. Äh. Ja. Gibt's coole Kneipen. Na eine. E zwei. Zwei. Aber da kann man hingehen, da kann man sich schön abstürzen. Äh. Da kann man schön abstürzen. Äh. Ja. Und das tue ich halt ab und zu mal. Okay. Verstehe. Da knallen die Korken und da krachen die. Sozusagen. An dieser Stelle natürlich auch wieder muchas gracias an den Ole für die Rezepte. Stimmt. Ähm. Sollten wir nicht vergessen. Nur dieses Mal möchte ich auch gern ein wenig früher drauf hinweisen auf die Oxfamaktion, die der Ole unterstützt. Die haben wir das letzte Mal ganz am Ende angebracht. Weiß es nicht. Ich hab jetzt nicht ganz vergessen zu schauen, wie viele Unterstützer diese Petition jetzt hat. Da kann man bei Oxfam.de unterschreiben. Und zwar ähm. Oder sich eintragen. Und zwar geht es da um die Subventionen, die große Agrarkonzerne bekommen wie Monsanto. Die einfach den Nahrungsmittelmarkt, den Agrarmarkt beherrschen und äh auch noch relativ leicht gemacht bekommen durch die Politik heutzutage. Ihre Marktmacht weiter auszubauen und Kleinbauern äh letztendlich immer weiter in die Enge zu treiben. Und genau diese Petition, dass sich da an der Politik was ändert, findet man auf Oxfam.de ausführlicher erklärt und macht man nichts verkehrt, würde ich mal sagen, wenn man da zum Unterstützer wird. Das ist, glaube ich, die erfolgreichste Oxfam-Aktion Deutschlands. Also von Oxfam Deutschland, sagen wir es so, die es bisher gab, hat Ole gemeint. In so kurzer Zeit waren es letzte Woche über 40.000 Unterschriften schon. Ich denke mal, es sind wieder einige dazugekommen noch. Und das nur wegen unseren Punxen-Paintings oder was? Mindestens. Mindestens. Die Hälfte, oder? Ja. Genau. Ne, würde ich sagen, sollte man sich mal anschauen, die Macht der Konzerne. Gestern Abend kam auch ein netter Film mit Dokumentation auf Arte. Kann man sich, denke ich, da auch noch in der Mediathek anschauen. Bottled Life über die Geschäfte, die Nestlé mit Wasser treibt weltweit und wirklich quasi Wasser abfüllt, das Pure Life nennt, mit Mineralien, mit künstlichen Anreichern. Das ist natürlich sauber, aber die graben das eben in Pakistan irgendwelchen Dörfern ab, deren Grundwasserspiegel einfach sinkt und die selbst nicht mehr an Wasser kommen und dann das Nestlé Wasser kaufen müssen. Also Bottled Life auch mal anschauen, sehr gute Dokumentation, in der Nestlé natürlich wieder keine Stellung nimmt, nicht irgendwie auf Gespräch. Ja, weiß ich nicht. Sie haben nur eine gute Werbestrategie ansonsten und wie sie Geld verdienen. Also insofern finde ich persönlich, macht man mit sowas nie etwas falsch, wenn man ein bisschen versucht, die Kleinbauern im Falle von Oxfam jetzt zu unterstützen oder indem man einfach Leitungswasser trinkt. Gerade hier in Deutschland haben wir eine hervorragende Qualität. Vor allem hier in München. Ja, genau. Das ist wirklich sehr gutes Wasser. Man muss nicht Plastikflaschen oder Kisten schleppen, man kann sich zur Not so einen Filter kaufen noch irgendwie. Also das ist wirklich Leitungswasser. Spart man sich selbst Arbeit und schont die Ressourcen auf jeden Fall. Und man spart sich Geld. Genau. Genauser da draußen. Noch dazu, also eigentlich jetzt nur Vorteile. Jetzt haben wir diesen Hinweis gebracht. Möchte ich gerne mit dir sprechen. Du warst am Wochenende unter normalen Leuten. Endlich mal normale Leute. Es war sehr cool. Es war feuchtfröhlich. Es wurde leider wegen Sturmwarnung abgesagt. Ja. Also der letzte Tag. Ja. Die anderen, die waren aber dafür wirklich Hammer. Es waren wenige jetzt wirklich beleidigt, dass sie es abgesagt haben, weil ich finde, man muss sowas schon irgendwie verstehen, dass es dann abgesagt wird, wenn es heißt, irgendwie dort und dort gab es so extreme Unwetter, dass Leute draufgegangen sind und so. Ich weiß nicht, ob Sie eben verstanden wurden. Punks. Wie? Resist2Exist Festival in Berlin. Genau. Da haben wir so ein bisschen durcheinander gequatscht. Ja. Letzter Tag abgesagt. Ah. Okay. Okay. Genau. Und das mussten sie eben dann absagen. Welche Bands mussten quasi da glauben? Puh. Warte mal. Was hätten am Sonntag gespielt? Ich überlege gerade. Äh. Die toten Crackhuren im Kofferraum fallen an ein. Ähm. Jetzt muss ich ganz kurz schmicken. Die famosen Dogs, die natürlich an dieser Stelle wieder gegrüßt sind, die waren schon durch. Die waren am ersten Tag. Also nicht, dass sie nicht normal durch sind oder immer durch sind, aber... Die waren danach durch. Ja. Sehr gut. Da waren wir alle durch. Dann hat sich die Reise im Tourbus mit den Dogs dahin gelöhnt. Ja, die Reise, die war ja lustig. So. Ich kann's dir grad... Warte mal, wo ist denn dein... Ach da. Rantanplan, stimmt. Die waren auch... Die haben leider nicht spielen können. Schmeißig, Absturz, Diva-Kollektiv, Notenidioten und ein paar andere. Okay. Ja, schade für die, aber einige, die konnten dann noch in der Potze, da gab's dann so ein kleines Ersatz-Konzert. Genau, da waren dann schon noch einige Bands dann irgendwie auch am Start. Aha. Muss lustig gewesen sein, aber ich war grad auf der Autobahn. Sehr gut. Ja, da komm ich gleich noch zu. Jetzt sieht man schon, der kriegt ein Jäckchen und der Schnaps steckt im Apfel. Sehr gut. Ja. Es nimmt Kontur an. Wie immer weiß man, wenn die Farben kommen, dann knallt's eh erst richtig. Aber ich glaub, man kann sich schon was vorstellen. Ich finde das ja immer cool, wenn die Hilfslinien, also was jetzt noch so ein bisschen unscharf aussieht, quasi an den Rändern dann weg sind, dann wird's eh alles auf einen Schlag ganz deutlich. Insofern warten wir ab, was passiert. Hachen wir der Dinge, wie es so schön heißt. Ja, genau. Gab's denn dann wirklich Sturm, oder? Überall, glaub ich, außenrum, nur nicht in Berlin, soweit ich weiß. Naja gut, aber das ist ja schon mal nach hinten losgegangen bei dem Festival, ne? Ist auch schon ein paar Jahre her, ne? Wie, was? Es gab doch mal dieses Unglück, ich weiß nicht, war es in Dänemark oder so? Ich weiß es gerade nicht. Aber da gab's doch ein Unglück mit Verletzten und ich befürchte auch Toten, ich weiß es nicht mehr so genau. Das weiß ich jetzt grad nicht. Aber, wie gesagt, immer besser. Ja. Was ich jetzt also absagen, anstatt dass sie dann alle vom Platz flüchten, weil extreme Unwetter sind. Ganz genau. Die Rückfahrt war ein bisschen chaotisch, kann das sein, oder? Die war sehr chaotisch, weil unser, also der Dorx-Tourbus wollte nicht mehr so ganz, wie er normalerweise will. Und deswegen hingen wir dann irgendwann einmal auf der Autobahn fest. Es sah so aus, dass dann einer von uns sich dann aufs Auto gestellt hat, sich ausgezogen hat und danach gab's ein richtig schönes Hub-Orchester. Okay. Der Vorbeifahrenden war da, weil das Lustige war nämlich, es war grad Zähfnis und der Verkehr auch noch. Jetzt hatten die auch wirklich alle schön Zeit. und der Person am Auto zu fotografieren erstmal und zu hupen. Okay. Waren die von dieser Entkleidungsaktion lustig die meisten eher, oder? Es gab nur eine einzige, die den Vogel gezeigt hat. Okay. Also glaube ich, der hat jetzt umgepasst so. Sehr gut, sehr gut. Du hast das ja als Marketingaktion verkauft, das Ganze. Ja. Ich bin drauf aufmerksam geworden, auf jeden Fall. Gut. Das stimmt. Habt ihr genug Bier im Auto gehabt? Das endete ja auf dem ADAC-Wagen dann. Da hatten wir dann noch ein paar Überbleibsel, weil das war ja dann die zweite Panne, die wir hatten dann. Okay. Zwischenzeitlich konnten wir schon nochmal Bier einkaufen. Aha. Aber dann bei der zweiten Panne, das konnte man nicht mehr reparieren, weil da gab es einen Kabelbrand. Okay. Ich verstehe. Habt ihr gut runtergerockt. Ja gut. Aber er funktioniert wieder. Aha. Gut. Der ist nicht tot zugeliegend. Der ist halt nur ab und zu mal aus dem Gefecht gesetzt, so wie wahrscheinlich alle von uns. Ja, ich war auch unterwegs bis zum Wochenende. Wenn ich war, wir waren zuerst Freitag, waren wir wandern. Ja, cool. Aber es ist jetzt mal Kontrastprogramm im Vergleich zu dem, was du betrieben hast. Wobei wir abends dann auch noch eingekehrt sind in Garmisch. Wir sind durch die Höllental-Klammen gelaufen. Aha. So eine Schneise im Berg, wo unten so ein Bergbach oder Bergfluss quasi durchbrettert. Also das war auch schon sehr beeindruckend. Cool. Kann man nur empfehlen unterhalb der Zugspitze. War ganz lustig. Wie gesagt, sind wir anschließend noch im Netz eingekehrt und haben da den Tag ausklingen lassen. Und am Samstag war ich auf einem Konzert von Crysis. Das ist die Zweitband in Donauwörth. Die Zweitband vom Hosendrummer WOM. Ah ja, genau. Den der Ole ja auch kennt von seinen Tourneen, die er catert unter anderem für die Toten Hosen mit seiner roten Gourmet-Fraktion. Und das war sehr cool. Also Crysis hat auch im Unplug gespielt. Zeichnen wir in Zukunft dann noch ein paar Sachen vom WOM oder wie? Ich hätte gern mit ihm gelabert, aber das ging nach dem Konzert rapide mit ihm bergab, muss man sagen. Weil, ähm, oder was heißt es für? Nö, also das Konzert war wirklich locker. Unplugged, echt coole Aktionen. Gute Stimmung. War ein echt kleiner Laden. Waren so, weiß ich nicht, 30, 40 Leute vielleicht nur da, weil mehr nicht angepasst haben. Und der WOM war wie gesagt sehr locker unterwegs, stark am Glas. Guter Rosé, Rosé-Schorle. Aber hat auch während dem Konzert ein bisschen Gas gegeben. Es hat sich ja anschließend auf die Couch abgelegt so ein bisschen. Und mal ein Päuschen gemacht, aber war sehr lustig. Und ja, und ich war mit dem Auto da. Ganz super. Bin heimgefahren anschließend noch. Verschiedene Welten. Zwei Extreme, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Ja, der WOM wird heute 50 übrigens. Er hat heute Geburtstag. Er hat an dieser Stelle gegrüßt. Genau. Und ja, der ist ungefähr 1,60 Meter groß und wirkt auch insgesamt viel jünger vom Aussehen. Alkohol konserviert also doch, muss man sagen. Ja. 50 schätzt man den auf keinen Fall, würde ich sagen. Nee, hätte ich jetzt auch nicht getan. Das ist echt krass. Aber hat auch einen Spaß gemacht, weil er sich noch älter fühlt als 50. Genau, die sind momentan auch noch unterwegs. Ich glaube heute in Bad Hölz und Italien kann man sich auf Crisis oder Drumming Monkey heißt deren Website, deren Label glaube ich sogar. Da kann man sich informieren, wo die noch sind, wo die noch unterwegs sind. Ist auf jeden Fall was anderes als die Toten Rosen. und sehr cool anplagt. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir sind jetzt in der Hälfte, wenn wir unsere angepeilte halbe Stunde diesmal schaffen sollten. Aber ich fand es, wir haben es bis jetzt immer locker über die Bühne gekriegt, auch wenn es ein paar Minütchen länger wurde. Da fällt einem doch immer was an. Genau, jetzt können wir langsam mal zum Rezept kommen, finde ich. Mal kurz über das Rezept reden. Der ultimative Nachtisch würde ich sagen, Stechapfel mit Schnaps, hört sich betörend an, auf jeden Fall. Übersetzt heißt das aber ganz einfach ein Apfel-Zimtspieß mit Amarettini-Eis. Wir fangen wie immer mit den Hörempfehlungen an. Der Ole gibt immer aus seiner Punkrock-Jukebox ein paar Tipps, die man beim Kochen, für Lieder die man beim Kochen oder bei Essen anhören sollte. Und die habe ich dir hier auch schon geschickt heutzutötig. Mittag. Das ist einmal Drug Raid at 4 AM von Lard. Lard? Genau, das ist der Liedsänger von den Dead Kennedys, der sich da auch sein Unwesen treibt. Du, dir hat das Lied nicht schlecht gefallen, oder? Mir hat es gefallen, ja. Du warst eher der Fan des klassischen Funzels. Es geht auf jeden Fall nach vorne. Ich fand es so ein bisschen Bodycount-mäßig auch mit dem Filmgericht. Ja, so ein bisschen hat es mich irgendwie dran erinnert. Hast du Bodycount? Ich habe sogar ein Bodycount-T-Shirt. Das Klassische mit dem Revolver-Lauf. Nee, das mit den Babys, da wo das eigentlich unifiziert ist. Verstehe. In der Geburtenklinik, da habe ich meinen Bruder damals geklaut, oder so, oder er hat es mir gegeben, ich weiß es nicht mehr. Alles, was ich von meinem Bruder bekommen habe, oder was ich von dem noch habe, sage ich immer, ich habe es geklaut. Nee, das Zweite, das Klassischere, was du ansprichst, man kann ja durchaus mehr Lieder hören beim Kochen, das dauert ja einen Moment. Wobei es diesmal nicht so aufwendig ist, das Rezept. Aber das Zweite Lied, das er empfiehlt, ist I Wanna Be Sedated von den Ramones, logischerweise. Und Sedated passt natürlich auch ganz gut. Jetzt haben Rancid mal gecovert. Rancid haben das mal gecovert, so nebenbei. Ja. Gerade gesagt, dass die... Ramones sehr häufig gecovert, mit ihrem Einfluss auf die vielen Bands, die sie hatten. Muss ich auch sagen, ist auch einer meiner Favorites, absolut. Stehen, weiß ich nicht, 20 CDs da oben, müsste ich jetzt nachzählen, aber da habe ich wirklich fast alles von denen. Und ja, muss man eigentlich nicht viel sagen zu den Ramones, außer dass inzwischen alle tot sind, alle Gründungsmitglieder zumindest. Jetzt schon, ja. Tommy Ramone, irgendwann jetzt am 11. Juli verstorben als letztes Gründungsmitglied. Was ich quasi krass finde, ich habe da heute ein bisschen was dazu gelesen, dass Joey Ramone schon seit 2001 tot ist. Das ist echt krass, oder? Ja, ich glaube, da war mal was. Die Zeit vergeht Lymphdrüsenkrebs war das. Ja, die Zeit vergeht krass irgendwie. Die werden alle nicht jünger. Ja. Ja, du hattest am Wochenende Geburtstag. Glückwunsch nachträglich, aber auf diesem Wege über den Eltern. Dankeschön. Via Satellit und so. Zumindest wieder beim Thema, wir werden alle nicht jünger. Ja, genau. Na ja, die Urväter des Punk-Stilomons auf jeden Fall. Auch wenn sich der Begriff erst ein paar Jahre später in England entstanden ist. Wobei, die nehmen sich nicht viel. Ich glaube, die Ramones sind in 1974 zuerst auf Tour gegangen. Oder haben sich gegründet, in 1974 die Sex Pistols, in 1975. Für ihnen sind loser Zeit. Absolut. Aber ich glaube, von denen werden auch jetzt noch Generatoren sprechen. Generatoren? Absolut. Ja, gut. Generationen. Ja. Profisier mich nicht. Nächste Empfehlung beim Essen. Fürs Essen dann. Wie letzte Woche, Nouvelle Vague wieder. Too drunk, too fuck. Ole ist ein ziemlicher Softie. Ehrlich, aber auch so. Also dieses Lied von Nouvelle Vague geht auf jeden Fall in die Richtung Bar-Jazz oder so. Ja, stimmt. Bisschen Fahrstuhlmucke der abgefahreneren Art. Kann man sich aber auf jeden Fall auch anhören. Das ist ja auch bei Dings dabei. Bei Planet Terror vom Tarantino läuft das auch mal. Irgendwann. Eh immer gute Soundtracks. Jo. So, das Rezept Amaretini-Eis. Das ist quasi die Zugabe zum Stechapfel. Das Vanilleeis, paar Tropfen Amaretto, womit wir den Schnaps abgedeckt hätten. Dann wird der Apfelspieß. Also quasi, es geht nicht um mal die Stechapfel. Die Stechapfelfrucht sieht so ein bisschen aus wie so eine Kastanie mit ihren Stacheln. Sollte man aber, wie gesagt, die Fingerabfeln weglassen, auch nicht zum Experimentieren, weil dem Stechapfel wird ja auch getwörende Wirkung nachgesagt. Aber Wikipedia schreibt zum Beispiel, der Konsum von Teilen des Stechapfels kann zu schweren, kaum steuerbaren beziehungsweise Pseudo-Halluzinativen, also das habe ich auch noch nicht von diesen Pseudo-Halluzinativen Halluzinationen führen. Aha. Hast du das schon mal gehört? Pseudo-Halluzinativen Halluzinationen? Hat man dann eine Halluzination oder nicht? Man halluziniert, dass man eine Halluzination hat. Ja cool, ich glaube, ich habe mir mal Stechapfel rein. Ich lese noch mal kurz weiter. Halluzinationen habe ich ja dann eh nicht, sondern eine Pseudo-Halluzinationen. Okay, ich lese noch mal kurz weiter, dann überlegst du dir das nämlich noch mal anders. Es kann zu Horrortrips und Selbstverletzungen kommen. Viele Konsumenten berichten, dass der Konsum verglichen mit anderen Drogen äußerst unangenehm sei. Wie? Die Rauschwirkung kann mehrere Tage bei hohen Dosierungen auch mehrere Wochen anhalten. Klar. Da sage ich mal gut, dass wir hier nicht den Stechapfel oder beziehungsweise dass wir ihn nur symbolisch nachstellen, zeichnerisch, als auch im Rezept. Und zwar wird, das ist nämlich ein Apfelspieß und wenn ich das richtig verstehe, was nicht so schwer zu verstehen ist, das heißt, ich bin ganz zuversichtlich, dass ich es richtig verstehe, stecken hinterher ein paar Zimtstangen in den kleinen Apfelstücken, die man schneidet. Und genau, und dieser Apfel wird, glaube ich, noch dann mit Mehl und Zimt mit so einer Mischung quasi, wie sagt man, paniert oder zumindest drin gewälzt und dann kurz frittiert im Fett. Wird dann in Whisky-Gläsern, kommt das Amaretini-Eis rein und die gebackenen Apfelstücke oben drauf und in die wird dann eben eine Zimtstange reingesteckt. Ist bildlich, haben wir leider keins diesmal, das Rezept veröffentlichen wir ja morgen komplett bei worldzofood.de wieder mit deinem Bild und haben leider kein richtiges Bild dieses Mal vom Ole geschickt bekommen, macht aber nichts, weil ich denke, das kann sich jeder vorstellen, wie es auszusehen hat. Und wieder mal eine gute Idee, sowas im Whisky-Glas anzurichten, wie der Tom-Ordo-Toff-Cocktail damals in der Flasche serviert, kann man ja auch Tomatensuppe aus der Flasche trinken. Warum nicht? Machen wir was anderes, wenn man das so seinen Leuten auf den Tisch, sagt man wohl. Das stimmt. So, wie weit bist du? Ich habe mich gerade noch gespielt, du wirst mich wieder... Call of Duty oder was? Nee, nee. Ich habe mich da bei dem Apfel gerade gespielt noch ein bisschen. Das heißt, du wirst mir wahrscheinlich ein bisschen an die Kurge gehen, weil ich noch nie mal Farbe drin habe. Wenn man noch nie jemanden an die Kurge gegangen hat. Also bitte. Schade. Schade. Spielst du noch das ab? Nee, eigentlich nicht. Gut. Der Stechapfel, der war tatsächlich Hauptbestandteil bei der weltweit ersten eingesetzten Operation, die mit einem Narkotikum durchgeführt wurde. Alter, dann würde es ja ein paar Apfel und hat den Tisch auch noch gehabt, oder wie? Äh, Order Trip. Kann sein, ich weiß nicht, es war ein Experiment wohl eher. Aber prinzipiell nachher ja eine gute Idee, wenn man jemanden operiert, ihn ein bisschen zu betäuben. Das schon, aber... Da können wir ja dem Fortschritt der Medizin danken. Was gerechnet mit einem Stechapfel? Ist jetzt im... Also amerikanische Ureinwohner zum Beispiel haben Stechäpfel als Heilkraut auch schon verwendet. Und zwar trocknen die die Blätter der Pflanze und zünden die an und der Rauch soll tatsächlich zur Linderung von Asthma beitragen. Oder zumindest sagen wir so, hier steht, der Rauch wurde dazu eingesetzt, Asthma zu lindern. Werten, das steht nicht wertend dabei, deswegen, es spricht auch für die These, das nicht nachzuprobieren. dementsprechend wie es so ist. Warte mal, das ist ja mal ganz lustig. Irgendwelche Priester benutzten die Pflanze auch, um die Geister der Ahnen zu kontaktieren. Oder jetzt kommt, dann kommt es, dann müssen wir vielleicht mal der Polizei, der Kriminalpolizei den Vorschlag machen, nämlich um die Identität von Dieben zu ermitteln. Von was? Von Dieben. Von Dieben? Von Verbrechern, ja. Das heißt, ich weiß es nicht, wie sie das gemacht haben. Die Mönche. Nee, Priester, irgendwelche Mönche, Priester. Also, Aberglaube letztendlich, würde ich mal sagen. Vermutlich. Ich stelle mir jetzt gerade so die Tatortkommissare Leitmeier und David vor, wie sie eine schön getrocknete Stechapfelblätter rauchen und dann in den Verhörsaal gehen, oder? Schon. Das ist eine ganz lustige Vorstellung für dich. Also, das mit den Urahnen rufen, das kann ich mir ja noch irgendwie vorstellen, wenn man das oder drückt hat. Nein, man weiß es nicht. Vielleicht hat es funktioniert. Genau, okay, der Ole, über den Ole haben wir schon viel gesagt. Ich will jetzt auch nicht das vierte Mal in Folge das gleiche wieder erzählen. Deswegen Stichpunktartig, Restaurant Olsen in Hamburg. Alle aus der Umgebung hingehen, glaube ich. und lecker. Nicht zu tun. Rote Gourmet Fraktion seit über 20 Jahren als Tournee Caterer von den Poilers, was weiß ich, von den toten Hosen von bei Rammstein waren sie mit Rammstein waren sie früher unterwegs. Alles mögliche. Die müssen ja auch mal was gescheites essen. Die haben ja auch was vor, abends dann auf der Bühne ein bisschen zu rocken. Dann ist er seit 2010, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, bei den RTL 2 Kochprofis im Einsatz. Hilft quasi Restaurants, die in die Schieflage geraten sind, aus welchen Gründen auch immer, wieder auf die Beine. Genau. Soviel zum Ole Blockstedt. Dufter Kerl. Wir haben deutlich getroffen hier in München zusammen. War ein netter Nachmittag. Leider musste er viel drehen für die Kochprofis, aber trotzdem die anderthalb Stunden, die wir da hatten, waren ziemlich locker und haben schon gezeigt, dass man mit dem Ole gut was anfangen kann. Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass er schon ein bisschen traurig war, dass wir dann einfach in den Biergarten gegangen sind. Meinst du? Ja, weil er wahrscheinlich auch mit wollte. Wir haben ihm noch per MMS irgendwie noch ein Bild vom Bier geschickt. Hat er da noch was geantwortet? Ja, er hat geantwortet. Wir hatten ja dazu geschrieben, dass wir waren ja überrascht, dass es ab 16 Uhr nur noch maßvoll Bier gibt. Also eine maßvoll Bier und eine halbe Bier. Eigentlich kostet er eine halbe. Ja, es hat sich natürlich wieder spontan entwickelt, dass uns ein Bier dann doch eineinhalb wurden, sagen wir mal. Und dann hat er dazu geschrieben, ja, das schafft ihr Jungs. Er hat da Vertrauen in uns. Ja, ich habe noch mal ein cooles Quiz jetzt zum Schluss ausgegraben. Wenn ich sehe, du zeichnest noch. Ja, aber nicht mehr lang. Ja, macht nichts. Das sind nur 10 Fragen diesmal und es müsste dein Spezialgebiet sein. Wir hatten ja schon Ernährung und Psychotests aus der Mädchen oder von Mädchen.de quasi. Jetzt habe ich die Zeit. Zeit online quasi. Und zwar mit einem Comic-Quiz, lieber Donald. Ja, da bin ich immer gut. Sehr gut. Bekannte Comics. Wann geht's los? Frage 1. Superman wurde in den 30er Jahren von den Amerikanern Jerry Siegel und Joe Schuster erfunden. Die Figur besitzt eine Doppelidentität, die des starken Helden und die eines schwächelnden Journalisten. Wie heißt dieser? Weißt du es auswendig? Clark Kent. Clark Kent. Das ist natürlich richtig. Da brauche ich nicht mal Hilfe. Nee, ich habe es heute mit auch durchgespielt. Das sind ein paar einfache Fragen, aber ein paar auch nicht so. Georges Rémy Hergé ist der Schaffer von Tim und Struppi. Er zeichnete in einem unverwechselbar klaren Strich mit unterfrischendem Witz über 50 Jahre lang etliche Abenteuerbände des belgischen Klassikers. In welchem Jahr erschien der Comic zum ersten Mal? Ich gebe dir drei Antwortmöglichkeiten. 1929, 1926 oder 1932? Sagen wir mal 1929. Da rät er richtig. Wie schlecht. Man hat aber noch Glück beim Raten. Gehst du weiter? Die Peanuts, allseits bekannt, sind eine Gruppe amerikanischer Vorstadtkinder. Gezeichnet wurden Charlie Brown, Lucy und Linus und natürlich der Hund Snoopy von diesem Amerikaner. Wie heißt er? Da haben wir jetzt ein Bild. Und er heißt ja Charles M. Schulz. So ist er bekannt. Aber heißt er Charles Murphy Schulz, Charles Michael Schulz oder Charles Monroe Schulz? Moment. Ja, nicht Google jetzt. So, ich bin wieder hier und ich sage... Ah, schade, da steht auch nur M. Schulz. Ja. Ich habe nämlich eine DVD in der Nähe gehabt. Nee, keine Ahnung. Murphy. Murphy sagt er. Da muss ich leider folgendes Geräusch machen. Denn er heißt tatsächlich Charles Monroe Schulz. Okay. Aber macht nichts. Ich wäre jetzt auch geschockt, wenn du jetzt alles richtig geraten hättest. Die Fragen sind immer so lang hier. Spider-Man ist die nächste. Comicfigur von Marvel. Zum ersten Mal trat er Spinnenmann im August 1962 öffentlich in Erscheinung. Auf der einen Seite ist er ein Superheld, auf der anderen Seite ein Waisenkind, das bei seinem Onkel und seiner Tante aufwächst. Wie heißen die Verwandten? Äh, wie heißen die Verwandten? Okay, Tante Mary und Onkel Bob, Tante Maggie und Onkel Bill oder Tante May und Onkel Ben. May und Ben. Ganz genau. Das ist einfach. Kennt man spätestens, also ich weiß nicht, diese Comicwelle, die ins Kino gekommen ist, die Verfilmung. Ich glaube, die hat die ganzen Comic-Helden doch einer ganz breiten Masse zugänglich gemacht. Also extrem. Comicautor Carl Barks muss man dir nicht vorstellen, Donald, ne? Nee. Der hat wen erfunden? Donald Duck und David Duck. Boah, ich bin jetzt, jetzt hing ich gerade auf der Leitung. Ah ja, aber das war gar nicht die Frage, aber das wollte ich, war ja klar, dass du den kennen musst. Genau, Carl Barks hat Donald Duck aus Entenhausen und zahlreiche skurrile und fantasievolle Geschichten um den Enterich erfunden und geschaffen. Wann starb Barks? Am 25. August 2000 oder 1995 oder 2004? Ich sag's jetzt einfach mal in die Jahreszahlen. 2095 oder 2004? Ähm, 95 schätze ich mal. Okay, ist aber leider falsch, denn er ist, hat noch fünf Jahre länger gemacht. 2000. Nochmal draufgepackt, genau. So, Asterix, weiß ich nicht, ich meine, das ist ja immer so, als Comic-Fan wahrscheinlich mag man ja auch nicht jeden Comic. Nee. Stichst du zu Asterix? Bin ich so ein Fan. Okay. Wurde im Jahr 1959 von zwei Franzosen erfunden, wirst du aber wissen, das erste Album, Asterix, der Gallier, erschien 1961 mit einer Startauflage von 6000. Wie heißen die Erfinder? Kommst du so drauf, oder? Nee, ich gebe nur Tipps. Das ist zu einfach. Georges Prosper Rémy und Rodolphe Töpfer, Bill Watterson und Calvin Hobbes, naja, bitte, oder Albert Uterzo und René Koskini. Nee, die ersten, soweit ich weiß. Wie, die ersten? Georges Prosper Rémy und Rodolphe Töpfer. Ach so, nee. Die letzten meinst du? Ja, wenn, dann die letzten. Uterzo und Koskini, das weiß ich, wie man den ausspricht. Das ist ja eine, ja. das ist natürlich richtig. Stehen ja immer nur die Nachnamen. Jetzt habe ich es schon weggeklickt, jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen. Die Reihe Fix und Foxy wurde von dem Deutschen Rolf Kauka gestartet und war viele Jahre lang die erfolgreichste deutsche Comicproduktion. Die Auflage wurde sogar nur von der amerikanischen Mickey Maus übertroffen. In welchem Jahr erschien Fix und Foxy zum ersten Mal? 67, 56 oder 53? Ah, 56. Okay. Es war tatsächlich, was hast du gesagt? 56, gell? Nee, es war schon 53. Ach so. Jo. Waren früh dabei, Fix und Foxy. Ob das mit der Nachkriegszeit zu tun hat, dass alle Fix und Foxy noch waren? Die beiden wichtigsten Figuren dieses belgischen Comiczeichners sind das Fantasiewesen oh je, Masu Pilami und der kreative Chaot Gaston Lagaffe. Jo. Finde ich ja sehr geil. Lagaffe. Außerdem entwickelte sich unter diesem Mann die Serie Spirou und Fantasio zu einem der größten Comicklassiker. Wie heißt der Zeichner? Alain Frank Adam Frank Kies oder André Frankin? Man merkt, dass ich mit dem belgischen und französischen überhaupt nicht bewandert bin. Frank Frank Kies oder Frankin? Ich sag mal Frank Kies. Frank Kies sagt er. Ist aber leider falsch, weil es war André Frankin. Da zahlt es sich aus, dass ich lange Jahre hart französisch in der Schule gelernt habe. Meine Aussprache dankt es mir. Die nächste Frage ist wieder dankbar. Der Comic Der unglaubliche Hulk wurde bereits mehrere Male verfilmt. Die Geschichte handelt von einem Nuklearphysiker, der sich nach einem Unfall mit einer Gamma-Bombe bei jedem Wutanfall in ein grünes Monster verwandelt. Wie heißt der Physiker im Comic? Banner. Jawohl. Also brauche ich die Antwortmöglichkeiten gar nicht mehr nennen. Die waren Dr. Bruce Banner, Dr. Ben Barner oder Dr. Bob Bennett. Aber es war Bruce Banner. Das hätte sogar ich gewusst mit meinem rudimentären Wissen. Und die letzte Frage kommt natürlich nicht ohne Mickey Mouse aus. Solltest du aber auch wissen, gehe ich mal davon aus, wie ich wusste es. Ich baue jetzt mal ein bisschen Druck auf. Ich wusste es nämlich. Mickey Mouse, die wohl bekannteste Maus der Welt. Um ihre Entstehung ranken sich viele Legenden. So soll der Name eine Idee von Disneys Frau Lilian gewesen sein, die den ursprünglich vorgesehenen Namen nicht mochte. Wie lautete dieser? Magnus Maus? Mortimer Maus? Oder Marvin Maus? Mortimer Maus? Das war tatsächlich Mortimer. Genau. Jetzt habe ich nicht gesehen, wie weit du bist mit dem Zeichen kann man schon Farbe trennen. Der ist ja schon Farbe trennen. Ja, ja, ich bin auch gleich fertig. Knallroter Apfel. Jetzt bin ich ja hellauf begeistert. Ich habe das gleiche Ergebnis wie du gehabt. 60% richtig, also 6 Fragen richtig. 4 falsch. Wir liegen damit aber weit über dem Durchschnitt der richtigen Antworten, weil der beträgt nämlich normalerweise nur 49,5%. die dieses Quiz schon mal gespielt haben. Yeah, würde ich sagen. Man merkt, dass die Leute einfach keine Comics mehr lesen. Ja. Jetzt nur wenig. Gebt da die Auflagen zurück, weißt du was? Ne, also es war jetzt ja mal die letzten Jahre glaube ich ein bisschen gehypt. Aber wie es jetzt so aktuell aussieht, das weiß ich gar nicht. Also natürlich gibt es jetzt ja keine Comics mehr, sondern nur Graphic Novels, außer Comics für Kinder eben. Aber ob sich die Graphic Novels jetzt immer noch so gut verkaufen wie vor ein paar Jahren, das weiß ich eigentlich gar nicht. Das trifft mich auch nicht. Da arbeitest du ja quasi komplett gegen den Trend. Ja, ich mache Kindercomics. Und rettest das nicht? Aber rettest ein ganzes Genre vielleicht mit einem Panksenbenters. Panksenbenters.com oder was ist es? Da kann man DE. Aber komm, da kommt man auch drauf. Da, DE. Okay, komm. Komm, kommt man auch drauf. Das sagt dir der Arme schon. Aber da kann man sich sogar den ersten Teil, der letztes Jahr im September erschienen ist, anschauen. Ja, wenn man sich den kauft, weil dann hat man ihn zu Hause. Ja, das ist, wenn man ihn kauft, dann hat man halt eine schöne Ausgabe, weil man sich gemütlich am Klo durchlesen kann. Bist du so ein Klo-Leser? Ich überhaupt nicht. Nee, aber einige Leute, die ich kenne. Wie war die Toilettensituation auf dem Festival? Ist ja auch immer immer so ein bisschen die Frage. Ich war Backstage. Sehr gut. Kann nicht schaden. Ja, ich war übrigens am Sonntag war ich auch noch in Nürnberg auf dem Badentreffen. Auch ein großes Festival mit vielen Bühnen in der Stadt, super viele Straßenmusikanten noch drumherum. Und Nürnberg ist zum einen ja eine schöne Stadt und zum anderen haben wir uns eine nette kolumbianische Band angesehen namens Monsieur Periné, wieder ein französischer Name, weil die Sängerin Französisch studiert hat. Die machen einen ganz, ganz lustigen Mix, so ein bisschen Jazz, ein bisschen südamerikanische Rhythmen kombiniert. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit denen haben wir auch noch hinterher gesprochen Backstage. Deswegen kam ich gerade drauf, das war dann auch ganz nett. Das war die erste Frau, die bei mir im Interview geweint hat. Wieso? Ja, es ging halt so ein bisschen um die Vergangenheit in Kolumbien. Meine Frau ist ja auch aus Kolumbien, muss man dazu sagen. Und wir haben halt ein Interview mit ihr gemacht für unseren Blog Reise nach Kolumbien.de, seit ihr auch mal hier erwähnt. Und da ging es halt so ein bisschen um die Vergangenheit, um die Geschichte Kolumbiens. Die haben ja auch wirklich bis vor zehn, zwölf Jahren noch Bürgerkrieg gehabt und ist heute wesentlich sicherer geworden. Der eine Präsident hat, der Ex-Präsident, der vorige, der hat mit harter Hand durchgegriffen und der jetzige Präsident versucht mit den verbliebenen Rebellen jetzt Friedensgespräche zu führen. In ein paar Dschungelgebieten gibt es noch ein paar Rebellen, also die sollte man meiden. Ansonsten ist Kolumbien aber sehr sicher geworden. Aber da sind natürlich ziemlich viele Zivilisten umgekommen und jetzt nicht nur durch Guerrieros, sondern eben auch durch Militär. Und da gab es halt einen ziemlichen Skandal, weil die wurden halt, das Militär wurde halt belohnt, je mehr Guerrieros, in Anführungszeichen, sie zur Strecke gebracht haben. und da wurden, sind die halt ziemlich in die Dörfer gegangen und haben wahllos einfach ein paar rausgepickt und um die Ecke gebracht, leider. Weil haben sie halt beschuldigt, ja, das wäre ein Guerrieros gewesen und je mehr sie halt angeschleppt haben dann oder irgendwie quasi eliminiert hatten, dann haben sie eben Urlaub gekriegt oder sonstige Vergünstigungen irgendwie, die Militärdienste und das war ein ziemlicher Skandal, als es dann rauskam. Beziehungsweise wurde es halt eine Weile lang totgeschwiegen von den Oberen und sonstiges, also da war schon einiges im Argen gelegen und da war sie dann halt ziemlich bewegt, die gute Madame Perigny, die Sängerin und da kamen mir die Tränen, das war schon auch nachvollziehbar irgendwie, wenn man das so miterlebt quasi oder vielleicht Verwandter hatte, die davon betroffen waren oder so. Da kann man nur sagen, gut, dass es da jetzt anders aussieht in Kolumbien und tolles Land auf jeden Fall. Grund ist es auch mal hinzufahren, ist das nicht überlaufen von Touristen? Hat das Strenge. Strenge, hat pazifische Strenge, das ist das einzige Land in Südamerika, das sowohl Pazifik als auch Atlantik Zugang hat und ja, Anden, mit den Anden Hochgebirge, hat Amazonas, Dschungel, jetzt haben wir mal ein ganz anderes Thema hier drin, aber wie gesagt, da hat es wirklich einiges zu bieten. Ach, warum nicht? Anderes Thema. Ja, gell? Deswegen? Wir haben viermal über das Gleiche gequatscht. Jetzt hat sich gerade ein bisschen Schiss, dass ein Photoshop abstürzt, das speichere ich jetzt lieber mal. Ja, kann man doch nicht so automatische Zwischenspeicherung einstellen. Doch, müsste eigentlich drin sein, aber funktioniert auch nicht immer. Dann spürt es ab wahrscheinlich. Also, da ist schon so ein Sicherheitszwischenspeichern auf jeden Fall. Apfel sieht recht gut aus, auf jeden Fall. Danke. Der passt auch gut zu unserem World's-of-Food-Logo, was ja auch ein Apfel quasi in Globus-Manier ist. Insofern das Technik tut er auch. Hast du dich schon mal an der Niete gestochen bei irgendwem anders? Ne, ich glaube nicht. So, bei Pogo, vielleicht hast du es nicht gemerkt. Die sind ja alle stumpf. Darf man ja nicht spitz tragen. Naja. Schaut man zwar nicht immer drauf, also, ich glaube, manche haben vielleicht ein paar Angespitzte, das weiß ich nicht. Zum Schluss mache ich noch ein bisschen Scheiß, in Zeitdruck gerate. Na, das ist ja Zeit. Wie weit sind wir jetzt schon wieder drüber? Wir haben, glaube ich, jetzt ungefähr 45 Minuten. Ich bin fertig. Ich habe ja vergessen, wir wollten 45 Minuten. Ne, das passt so alles, wunderbar. Da haben wir den Quiz durchgekriegt. Die Menschen da draußen haben was über Comics dazugelernt. Ne, Holzmaser wollte ich da noch einbauen. Haben wir dafür noch Zeit? Du, mach. Wenn das Bild perfekt wird, wir wollen es ja morgen genau so präsentieren, wie es jetzt hier fertig ist. Genau. Im Artikel, ich werde das irgendwann mal so als Special-Seite zusammenfassen. Dann kann man das nochmal irgendwie in Gewalt ankündigen. Die anderen Rezepte, wie gesagt, gibt es ja auch bei uns und die anderen Bilder zu sehen, samt Videos, wie die entstanden sind mit unserem Gebabbel, wenn es erträglich war, kann man sich es nochmal angucken. Das hast du jetzt aber schön gemalt. Das ist Holz. Ja. Ja, okay. Das ist Jenny. Ich wusste es immer. Nicht umsonst nennt man dich den Gebieter des Zeichenblocks. Herr der Stifte. Da kannst du jetzt cool als Signatur in den Tisch einritzen, in die Tischplatte. Ja, stimmt. Dein Name, Donald. Panker Donald. Wie gesagt, vielleicht gibt es eine Zugabe und der Ole schickt uns nochmal ein gutes Rezept. Kündigen wir dann vorher natürlich an. Gleiche Stelle, gleiche Welle, würde ich sagen. nachdem die ARD uns nicht zeigt oder ZDF oder wie sie alle heißen. Tja, sind sie alle selber schuld. Absolut. Während das ich gucke nochmal ein gutes Geräusch hier aus. Ich habe zum Beispiel, ich hätte noch ein paar Geräusche zur Überbrückung. Ja, mach mal Geräusche. Ich weiß nicht, ob du das erkennst. Furcht. Richtig. Jetzt kommt was ähnliches. Oh, sehr schwer. Das war die andere Sache. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir drüben ankommt, so Geräusch, Akustik, Technik. Ja, schon ein bisschen schlechter, aber das kennt man ja. sehr gut. Ja, das dann. Korrektur, Korrektur. Was ist das hier? Das weiß ich gar nicht. Ah, eine Waffe. Nicht so cool. Nee. Nee. Der Schrei ist cool. Ich muss das mal, ich nehme das mal irgendwann mit ins Büro, das Gerät. Das ist sehr cool. Gebt ihr auf jeden Fall schon mal einen Applaus für dein Bild. Danke, danke schön. Danke, danke. Und legt mein neues Lieblingsspielzeug jetzt mal zur Seite. Da. Tada. Perfekt. Signieren. Ja, stimmt. Das habe ich ja noch vergessen. Genau. Wann bist du das nächste Mal in München? Ich weiß es noch nicht. Noch nicht absehbar. Ich habe mir heute Tickets für Materia. Ich kann dir nur den November am wärmsten empfehlen. Neulich schon gesagt, Kassierer Ende November, Mitte November ist Wieso da und auch kurz vor Ende November nochmal Materia. Da habe ich mir heute eine Karte besorgt. Ist wahrscheinlich nicht so deine Mucke, aber ich finde es gar nicht schlecht, was Materia so macht. Ach, den kann man schon hören. Ja, habe ich es neulich auch bei Rock am Ring gesehen, also im Fernsehen nur leider. Und das war doch, finde ich ganz cool. Ich glaube gerade live, der nimmt die Leute gut mit, macht eine ganz nette Stimmung, ist hier ums Eck bei mir, lasse ich mich nicht lunken, sage ich mal. Ja, Materia ist ums Eck bei dir, wohnt ja in München. Nee, der spielt dann hier in München. Wo er wohnt, weiß ich gar nicht. Ich würde mal vermuten, vielleicht wohnt er noch in Rostock sogar, aber wahrscheinlicher ist eher Berlin oder so. Der war ja auch eine Zeit lang in New York und so. Kann sein, dass der Ole Blockstädt den auch kennt, weil der hat ja auch mit am Rosenalbum geschrieben. Vielleicht war der auch mal unter, ist auf irgendeiner Aftershowparty da noch und der Ole hat ihn schon bekocht oder so. Kann schon sein. Kann schon sein. Bisschen größer noch, oder? Ja. Größer. Ja. Hast du nicht? Was? Meine Unterschrift? Ja. Ja, das kommt dann noch. Gut. Spitze, Donald, du zeichnest dir weiter demnächst und im Stream immer mal wieder, glaube ich, oder? Immer mal wieder, ja. So. Vielleicht schalte ich mich mal ein. Gerne, gerne. Aber erst kommt, meine freien Mittwochabende in Zukunft. Das ist, muss da krachen. Und ich danke dir auf jeden Fall für die sehr coolen Bilder, für die netten Gespräche. Bitteschön. Hat mir ja auch Spaß gemacht. Sehr gut. Für einen Einblick in deine Zeichnerei, in deine, in deine bunte Welt, sag ich jetzt mal. von Stechäpfel, von Stechäpfel geprägt. Ja. Wir hören uns. Wir hören uns. Die anderen sehen mich wahrscheinlich immer wieder mal. Ich werde jetzt demnächst sicherlich mal wieder so eine endlos lange Streaming-Dings machen, wo ich dann wieder alle Leute einlade, die was mich dann vollquatschen können. Genau. Du bist vielleicht irgendwann mal auch wieder dabei. Das sieht man ja je nachdem, wenn es dann wieder irgendwie passt und so. Richtig. Und ansonsten. Wir können auch mal über Fußball quatschen, oder? Ansonsten sind wir für heute fertig. Sehr cool. Und ich sag mal, ja, ich verabschiede mich jetzt mal von dir und von den anderen im Stream. Genau. So wird das gemacht. Ich mich auch. Vielen Dank, Leute. Ganz kurz und schmerzlos. Auf Wiederschauen. Tschö. Tschö.